Sag mal, warum hast du denn keine Haustür dabei? Ich hab doch meinen Schlüssel verloren, ne? Na, wenn den jetzt jemand findet, dann kann der bei mir zu Hause nicht rein, weil die Tür ist ja nie. Und was machst du denn, wenn du die Tür jetzt auch mal verlierst? Ist auch kein Problem. Dann geh ich durchs Küchenfenster, weil das hab ich im Auto. Zwei Pilz.